So einfach ist es, ein Moped-Taxi zu benutzen. Moped-Taxis gibt es fast überall. Schaut euch nach einem Moped-Taxi-Stand an vielen besuchten Orten um. Moped-Taxi-Fahrer warten oft in Gruppen auf Kunden und sind an ihren orangenen Westen zu erkennen. Moped-Taxis im Vergleich zu normalen Taxis haben keinen Taxameter. Handelt also einen Preis aus, bevor ihr auf das Moped steigt. Preise variieren je nach Ort, Verkehr und Targetzeit. Wenn ihr nach dem Preis fragen möchtet, könnt ihr sagen Bye! Euer Zielort Taurai. Der Fahrer wird euch dann einen Preis nennen und es liegt an euch, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Wenn ihr euch geeinigt habt, steigt auf das Moped und haltet euch gut fest. Moped-Taxis sind schnell, aber auch holprig. Wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid, könnt ihr absteigen und eurem Fahrer den zuvor vereinbarten Betrag geben. Na, wer hätte es gedacht?